na hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren stream heute und heute habe ich mal jemand mitgebracht ein spezial gast bei eine tolle kleine frau hier wir haben nur gesehen dass viele updates gab seitdem wir es vor ewigkeiten irgendwann mal durch gespielt haben und dann haben wir gedacht wir geben es uns noch mal zu sagen okay hallo so also wir bringen da auch gleich rein ich habe ja alles vorbereitet für zwei kontrolle und dann ist uns aufgefallen das war ich nur ein controller hat schon also zieht hier ein bisschen interessant aus wir sind auch versorgt also pizza muss gehört dazu ohne pizza geht kein spieleabend trinken sind auch versorgt wir sind wir sind am start also dann fangen wir doch mal wechsel die käme sogar ein bisschen größer gemacht so damit ihr jede haut und ein halb von mir wir wir starten ich wurde irgendwie zweiter kontrolle die zweite geige am pc also was machen wir neue story alles so neue story neuer neuer platz das ein ratus kartus achso wir müssen erst die kinoversion ganz schön ja ok wir dann so spielen ganz schön namen machen kreativität bungalow das bin ich tief sein kann ich so ja was besitzt man muss ein zweiter los haben wir fertig achso du darfst du da schreitze oh jona sucht ja aus ich will wieder julia sein was darfst du aussuchen in der lobe ich mach's da auch nur als platz so wie saßt du sie noch zurückgegangen sag einfach wann und dann zurückgegangen habe ich jetzt ach so gut ich glaube immer selber wenn ich meine andere nehmen wirst du dann der gegenteil oder der Ich hab's schon gefläst. Die Brett? Nee, das bist du. Ja, dann bin ich die Brett. Da hab ich die Charaktere, die du ausgewählt hast. Na ja. Hm. Ist das so? Nein, ich glaub wir haben's. Okay. Pizza ist zu gut. Hm? Ist das üblich? Sollen wir nicht mehr Pizza haben? Einfach eine Hand überlassen. Geht schon? Pizza muss ganz gegessen worden. Voll schwissisch. Fraschi, du bist da. Au. What? Hm. Warum bist du eigentlich dran, wenn am Anfang eh nur die Story kommt? Warum? Doch, die Typ aus der Story. Den ersten. Stimmt. Der war ja auch immer ganz klar. Hast du dich jetzt mal beiget? Ich gehörst ja gar nicht. Jetzt kann man doch reden. Die sprechen nix. Ja. 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 Auf, naja. Du. Sieht ganz so aus, als hätte Charly heute noch so einiges vor. Kann ich kämpfen? Hey. Gib mal einen Quartel. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Die sind so geil. Max. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? In China. Die sind hier breit. Jo, sie wollen mal. Was soll ich fragen? Weiß nicht. Das kann ich. Ach so, hier. Äh. Ich benutze R für die Herausforderungen. Einen richten Zickel, oder? Mal mal flicken. Äh. Also ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird er... Wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Nein. Was ist ja wohl ernst? Nein, er wird noch fortleid schwirrt. Bambus oder Brachim? Er wird ein Koala. Kann ich da sein. Das war so. Ich kann das schon mal. Mhm. Und das habe ich später, bis Mitte des Spiels wieder vergessen. Das sieht aus wie ein Fisch. Ich schien nur mehr. Nullisch. Tod? Warte, was? Was soll das heißen? Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann! Ja. Hey, Kumpel. Eigenschaften wir aktualisieren. Ach ja? Hält's nicht wohl für stark. Mal schauen wir das klicken, glaub ich. Wie? Wie? Im Kämpfen? Klar. Hast du noch ein Quarter? Kommt auf deinen Deckel. Ich probier's mal. Was soll das heißen? Also sprüge mit dem Ding. Kleine Reinhold. Was soll das heißen? Ich probier's. Was soll das heißen? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Ich bin schon auf der Deckel. Was soll das heißen? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Das ist mein Lieblings. Die mache ich fertig. Du bist so kurz drin. Ganz geil, ich muss sagen. Hey Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Kannst du was machen? RB. So. Ach, das sind ein bisschen Sachen. Kannst du auch mal gucken. Chuck, Mama. Nein. 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 Wegen Greenscreen ist die schwarzen. Das ist cool. Toll. Tot und vertelbar. Oder so. Oder so. Hey Mann. Hey, wo sind... Wo sind meine 50 Cent? 50 Cent? Welche 50 Cent? Ja. Komm schon, Mann. Hey. Zieh ab, Kumpel. Schaffst mich nicht. Wum. Ja, gar nichts gemacht. Der klingt wohl dahin. Soweit ich das beurteilen kann, sind diese Männer einfach absolut sturzbetrunken. Der kommt auf die Krankenstation. Schmeißt den anderen ins Loch und lasst ihn da. Schmeißt den anderen ins Loch. Der Pilz. Zauber gleich mit einem Kämpfer um seine Bewege. Im Loch. wusste ich noch mal warum. Geht jetzt noch mal werfenie. Es ist auf dem Knochen. Ange ich empfie... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nehm. Na. so will ich ihn morgens vor sie ich habe gerade so arme hingekommen ich habe gerade so arme hingekommen Joe Krankenstation es geht los natürlich alles anschauen tschüss alles anschauen tschüss alles anschauen und es blinkt was du machst das selber was zum teufel alle Augen machen dir geblieben und alles ist fertig ja andere andere das Ding tschüssi der schlüsselt zum Doktor seinem Herz hihihi 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 irgendwie die Stämmeauszeige da oben in der Ecke der nervt ja muss der nur weg machen hihihi hihihi man siehst du irgendwie ist voll komisch hmhm wir haben uns schon lange nicht mehr solche Spiele gespielt wir haben schon lange nicht mehr solche Spiele gespielt an den Dornisch also ähnlich oder wobei Detroit die gleiche Steuerung hat oder sehr ähnlich hihihi hihihi also eigentlich die gleiche glaube ich aber es ist so hart also so hart das ist so hart ich habe vergessen wie fies das hier ist wieso was wenn es die Perspektive wechselt achso wenn es die Perspektive wechselt ich muss neu oh da habe ich mich auch nie gehört wie läuft dein Urlaub oh hol mich endlich hier raus was zur Hölle ist da draußen los ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse ich auch und da war äh eine Leiche was in der Krankenstation hier stimmt was nicht los raus hier hihihi wirklich das wäre ganz wie ein normaler so ein Kriegsschiff einfach Toten im Schrank zu finden nein oh nein oh nein oh mein Gott sowas kann ich auch nicht dann mal los muss ich gedrückt halten oder nicht nein einmal drücken in dem Radius dann 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 Schhhhhhh. Was? Hör auf! Hör mich an den Tränen. Komm, das war klar. Ich müsste mich nicht auf den Sohn mal reden. Möchtest du das auch machen? Auf jeden Fall, ich muss ruhig in der Ecke stehen bleiben. Hast du jetzt schon Angst? Pst! Gar nicht. Ah, geil. Möchtest läuft der einfach raus. Wie ist das denn? Wie ist das denn gerade gemacht? Ich muss gucken, wo man laufen kann. Was ist das geworden denn? Ich weiß auch nicht. Das muss ich mal nachher nachgucken. Ach so. Oh, da blinkt. Blink, blink. Nein, ich dusch bin ich. Ich dusch bin ich. Ich schau nur zu. Charlie, hilf mal! Ja. Ja! Ich bin gelost, das war eine Geilseite. Du sagst das totale Scheiße. Holy shit. Ich hab gar nicht mehr in Erinnerung, dass das Scare Momente gab in dem Spiel. Der hat sich einfach auf die Kiste gelegt. Einfach weiter laufen. Verdammt! Mach eine Leiche! Wen hat's erwischt? Essig. Oh verdammt! Buckley! Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Ist das so komisch verdreht? Ich hab da ein Händchen geführt. Ja, der ist was anderes. Zum Glück bist du erster Spieler, du musst viel mehr spielen als ich. Du hast sie ja so ausgesucht. Boah, solche Ansichten sind wirklich klappte, wenn die da unten ist. Das ist eigentlich der Mitte in Control. 理ok limpärlich. Genau, ja. Das hat sich selber so eingestellt. LB! Run. klemm kann ich nicht. Nee Du kannst doch schneller gehen! Ich pack dir die Stöcke aus. Ja okay. Na genau der known Musik. Wow. Ja wie die Tür gehen hier auf. Jetzt aber nicht mehr mehr um was es geht. Also, geht das bloß mir so? Oder hast du auch grad so ein blödes Gefühl? Kann man da nicht untertitel anbieten? Du siehst echt so geschissen aus, Chuck. Bin ich da. Einziger. Kann man da auch aufdrehen. Ich würde gerne untertitel werden. Egal. Aber jede Freiheit vielleicht. Untertitel an und ausschalten. Untertitel? Ich weiß nicht, ich hätte es ja keine Fans feiern an den Untertitel. Fällt mich nicht warum, ich weiß nicht. Irgendwie bin ich es einfach feiern. Wenn es die nicht stört. Naja, das ist gut. Ich wäre es geil gewesen auf Englisch zu sprechen. Beste Gesellschaft. Gehen wir hoch an Deck. Ja bestimmt auch okay gewesen. Einverstanden. Ja. Oh Gott. Chuck? Hast du den Jungen da gesehen? Äh... Nee? Bist du okay? Ja. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Bin ich müde. Ja. Charlie. Komm mal her. Oh mein Gott. Warum gucken die alle so nach oben? Ja. Ja. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ich glaube bei Escape Movie war das, wo sie diesen Geister machen geguckt haben. Und dann haben sie auch immer so nach oben geschaut. Und wir dann so, wie ich sagen, so erstarrt sind. Ja schon wieder. Hey, komm her! Jedes Spiel mit Kindern ist nicht gut. Oh Gott, nein! Charlie! Schuss, 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 schuss. Mietz, mietz. Sieht mich gesund aus. Oh man. Ich hab das gesehen noch nicht mehr, oder? Ich hab das gesehen noch nicht mehr. Hä? Mayday, Mayday! Irgendjemand da? Hallo, hört mich da draußen jemand? In Camp Nopius! Schuss auf die Pläne! Schuss auf die Pläne! Schuss auf die Pläne! Schuss auf die Pläne! Los geht's hier Spielen! Steu, wir haben uns noch vor. Was ist das? Ahhhh! Ha, hab ich gesagt, sie sind. Oh. Ja, das ist gut, ja.